Hey Leute, was geht? Möchtet ihr auch so gut krass editieren wie ich? Wenn ja, lasst doch mal ein Like da und abonniert meinen Kanal. Und ich zeige euch jetzt den Mapcode und die Map, wo ihr editieren trainieren könnt. Hey Leute, willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr ultra gut editieren könnt. Also die Map bin ich sogar ultra krass editieren geworden. Mapcode ist gleich eingeblendet, hab keine Angst. Und die Map ist sehr geil zum Aim trainieren und auch Edit zu trainieren. Man kann da die Geschwindigkeit einstellen. Finde ich ultra geil. Ein Zehn von Zehn die Map. Ihr startet als allererstes das Spiel. Mapcode ist jetzt eingeblendet. Und als allererstes geht ihr, wenn ihr, dann könnt ihr euch Waffen holen. Ich hole jetzt einfach eine ganz normale Pumpkan. Da könnt ihr euren Zielrohr einstellen, wie ihr zielen müsst. Ihr könnt auch in Naruto einstellen oder so. Mir ist jetzt egal, ich nehme einfach jetzt so. Und jetzt könnt ihr da auch Seeds aktivieren. Und da könnt ihr die CC machen. Und auf jeden Fall, jetzt kommt das Geister an die Map. Wenn ihr möchtet, könnt ihr da eure Sicht vorstellen. Ich mache immer gerne in Wiesig. Wiesig bin ich gut. Dann noch 120er. 120er ist babamäßig. Und dann könnt ihr da die Schnelligkeit einzeln. Da ist es ein bisschen langsam und da ist es ultralangsam. Da könnt ihr dann Edit trainieren. Dann könnt ihr ultra krasse Edit trainieren. Und so mehr ihr übt, so schneller könnt ihr werden. Und das war's schon. Und für mehr kleine Detailers, lasst ein Like und ein Abo da. Danke für die 460 Abonnenten. Und das war's fast schon ein kleines Video. Und dann könnt ihr einfach ganz zelebren. Und Edit machen. Ich finde die Maps selber sehr geil zum trainieren. Und jeden Fall für mehr geile Videos, lasst ein Like und ein Abo da. Habe ich schon vorher gesagt, aber auch egal. Ihr könnt auch die Map mit euren Freunden spielen. Für 2 Spieler Maximum. Wiederhole ich nochmal. Und dann könnt ihr ultra krass eure Edits verbessern. Ich zeig euch mal gleich in 50, wie meine Edits aussieht. Ich zeig euch jetzt einfach mal meine Edits. Ich muss kurz da hingehen und irgendwas einstellen. Wenn ihr möchtet, wenn ihr ultra krass macht, könnt ihr 150 einwählen. Und bei 150 könnt ihr die krassesten Edits tracken auf die Welt. Ich kann in 150 nur einer Edits. Mal gucken, was für Edits die ihr auch in 150 könnt. Wenn ihr wieder... Und dann könnt ihr euch was nennen, die Pumpsysen. Und dann könnt ihr auch 120 default oder 50 machen. Ich mach mal default und ich zeig euch bei 50 nicht. Ich zeig euch bei 50, wie gut ich editieren kann. Kleine Internetprobleme. Aber... Ist easy. Meditieren ist jetzt easy. Und für mehr kleine Live-Packs im Fortnite, lasst ein Like und ein Abo da. Und... Und... Bam! Ihr könnt ja sehen, wie gut man im Tibet werden kann. So mehr man übt, so besser wird man. Und Leute, ich wollte sagen, das war schon ein kleines Video. Wenn euch ein Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Habt noch einen schönen Tag und... Ciao!